Hast du gewusst, dass du aus dem Fluss Lehm entnehmen kannst? Vielleicht habe ich die Kiste oder was gemacht. Gut, und jetzt essen wir die Bütze noch. Und jetzt sind die Parasite, Parasites are gone. Ach Gott, haben wir irgendwo ein Feuer da in der Nähe? Äh, unten habe ich uns gemacht. Vielleicht bin ich auch unten. Direkt vor dem Climbing Hook. Wie ist denn das, Alter, scheiße, wie ist denn das Feuer machen? Ist nämlich nicht gegangen in das Spiel. Du brauchst sowas wie ein Bird's Nest. Ich hatte ein Bird's Nest, aber bin ich nicht gestorben? Und die Hand Drill kostet. Und die was? Die Hand Drill. Bird's Nest und die Hand Drill. Bird's Nest habe ich sogar. Die Hand Drill müsstest du auch irgendwo haben, die ist so an der Seite vom Rucksack irgendwo. Was ist das so an der Seite? Habe ich jetzt tatsächlich nicht. Auf der Rucksack Seite habe ich nichts. Nein, Hand Drill habe ich nicht. Habe ich nicht. Das ist nicht irgendwie ein Quästleiter. Ich habe es nicht. Also, wo, in welcher Tasche ist das? Ganz links, ganz rechts. Ja, aber, ich habe Steine, Axt. Das ist beim Feuer. Beim Feuer. Ganz recht. Feuerbrett, Feuerbrett, Vogelnest, sonst habe ich nichts. Also, bei mir steckt die Hand Drill. Also, das musst du selber nicht machen, vielleicht. Vielleicht ist das auch sowas, was man machen muss. Hm? Dann ist das wahrscheinlich sowas, was man sich selber machen muss. Also, man muss das craften, oder was? Ja, genau, genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo ist denn da die Scheiße? Handbohrer, Stock oder Feuerbrett, Kleiner Stock. Genau, Lenk. Was hast du jetzt? Ich brauche entweder ein Stock oder ein Feuerbrett plus Kleiner Stock. Oder Stock oder Feuerbrett plus Kleiner Stock. Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat mein Stock oder Feuerbrett ein Kleiner Stock. Also, müsste ich ja mit großer Stock und Kleiner Stock das auch herstellen. Ach mein Gott, ey. So, Handbohrer, there we go. Ja, schon. Das musst du jetzt benutzen, oder schicken? Ich habe jetzt zwei Handbohrer gecraftet. Ja. Handbohrer. Benutzen. Was mache ich jetzt? Jetzt schiebst du da das Birdnest rein. Oder es geht auch so trocken. Muss ich noch irgendwas drücken, oder macht er das jetzt automatisch? Nein, nein, dann mach das automatisch und dann hast du es in der Hand und dann tust du es zum Feuer hin. Weiter, du bist zu müde, um mein Feuer zu entfachen. Weiter. Willst du mich verarschen? Ist jetzt mein Handbohrer weg? Nein, okay, das wäre der komplette Scam jetzt gewesen. Mhm. Der jetzt weg gewesen wäre, nur weil ich zu müde bin. Man kann wirklich nichts machen in dem Spiel, das ist so nervig. Oh mein Gott. Damn, son. Wann jetzt dieses Blatt... Ah, dieses Blatt... Was hab ich jetzt grad Blatt gesagt? Ich bin von CS geprügt scheinbar. Ja, wir alle. Rush B. Rush B ist super blatt. Ich frage mich, ob Valve jetzt komplett aufhört mit den Operations, oder ob es einfach nur ewig dauert, bis er neue kommt. Ey, Kiste haben sie jetzt schon rausgepumpt. Ja, Alter, Kiste ist ja kein Content, du musst ja Geld zahlen für das. Ja, das stimmt. Schlafe. Hast du jetzt eigentlich schon alles um den Scheiß da zu kochen, oder? Ja, aber ich... Ich finde... Ich finde aber nicht mehr zu kochen. Ich bin fast da, aber irgendwie... Ich bin nicht verlob. Can you smell what the rock is cooking? Boah. Ne? Ach, ja. Ah, ich hab jetzt... Ah, ja, jetzt hab ich es endlich. Ja, ich komme jetzt hier gerade zu dir. Ich komme jetzt gerade runter, weil ich muss mir einfach... Ach, ist Feuer los. Ja, passt. Gute Feuerlösch. So. Birds... Birds... Na, warte, was? Wo? Ich glaube, du musst das Fleisch wegtun. So. Birds Nest. Und... Und... Handbohrer. Und jetzt ziehen wir das Birds Nest da rein. Let's go. Passt. Achso, scheiße. Und jetzt muss ich das da... Okay. Endlich. Das ist so nervig in dem Spiel. Ja. Ja. Oh mein Gott. Aber jetzt können wir... Jetzt können wir fiesten he. Also der Wassertopf ist jetzt bei der Ara Basis, gell? Ja. Nicht das wir verlieren. Brauchst du Knochennadeln? Ja. Ja, ich brauche mehr geht's. Mehr geht's hab ich. Ich hab nur Knochennadeln. Ich weiß. 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 Warte kurz... Ich muss immer mein Zeug kochen. Ja, das hab ich. Los. Ich hab mir jetzt noch drei Pfeile gemacht, damit wir dann on the hunt gehen können. Aber ohne Topf kann ich mir jetzt mein Wasser gar nicht einverleiben, oder? Ja, wenn du die Pilze da hast, dann will ich es trotzdem machen. Also einfach scheißen auf die Parasiten und einfach trinken. Macht Sinn, ja. Das macht sogar Sinn. Gut, dann warte ich noch, dass mein Fleisch da fertig ist und dann... Da liegt ein Steinklinge, ist das deine? Ja, die brauchen wir. Brauchst nicht? Ich mach da Barbecue, weil ich hab so viel Zeug. Ah, scheiße, mein Wasserschwellfleisch ist auch verdorben. Das droppen wir da. Nein, nicht aufs Feuer, Alter. Alter! Ah, diese Steuerung geht besser mal. Drops da in den Busch rein. Jetzt hab ich meinen Obsidian bei Exit getroffen. Ich höre schon mit anderen Sachen, ja. Das Spiel macht mich so fertig, irgendwie. Ja. So, wo ist denn jetzt dieses... Da. Bam. So, jetzt. Jetzt warte ich noch, dass meine Apfelschnecken fertig sind und dann... Gehen wir weiter, hast du jetzt alles fürs Ritual. Ja. Sehr gut. Und du musst halt jetzt was kommen. Ja, Sir. Ja, so, ja, so. Gehen wir mal den Edel weg. Ist da noch ein Edel? Nope. Passt. Gehen wir's an. Was muss man machen jetzt? Einfach nur zu der Zeromonentschuldigung. Weil wir dann nicht so schlafen gehen. Ja. Wenn wir morgen wieder früh aus. Ja. Gut. Woher you at? Ja, bei der Zeromonentschuldigung. Bei der Zeromonentschuldigung. Bist du? Ja, ich muss grad schauen, wo das überhaupt ist. Direkt beim Feuer, wo du grad warst. Ah ja, genau oben. Genau. Genau der. Kletterstelle. Bam. Und jetzt gehen wir mal wieder ein. Waschka. Ist schon lange her. Passt. Ballern wir uns mal wieder was. Ich hab jetzt nichts gemacht, jetzt krieg ich aber trotzdem einen Black Screen. Ja. 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 Jetzt haben wir beide gleich die. Jetzt haben wir beide die Cut ziehen. Genau. Ja. Ja. Jetzt wollen wir den. Jetzt müssen wir wieder dem komischen Mogli hinten nachrennen. Genau dem Mogli. Wow. Ich kann ja laufen. Ja. Wir sind ja ganz schön viel. Hm. Das ist schön. Wow. Was soll das heißen, da ist viel Map? Ich hab jetzt immer alles wieder nachher auch gegen gehen müssen. Also noch einmal. Ach so. Ok. Ich bin runtergefallen. Echt? Ich hab gar nicht gewusst, dass du runterfallen kannst in der Cutscene. Bist du jetzt gestorben? Bist du jetzt gestorben oder was? Nein, ich glaub ich muss runterfallen. Ok, weird. Bin ich bei der U-Bahn-Station? Ich bin jetzt bei seiner Tür. Benutzen. Ja, ja. Ok, interessant. Ok. Bookpage. Ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Ok, das werde ich sicher nicht lesen. Hehehe, wenn man das auch gerade braucht. Kein... Ja, Alter, wie viel Text ist da bitte noch? Äh... What about this introduction? Ok, so schön. Cooles Büro. Ich mein, ich würd's lesen, wenn die... Wenn die Story jetzt richtig geil wär, aber... Bei dem spiel... Bei dem spiel ich mir jetzt nicht so. Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Was muss ich jetzt machen? Hä? WTF? Was, wo soll ich jetzt hin? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Soll ich da jetzt raushupfen aus dem Fenster oder was? Nein, da ist ja noch eine Tür. Was? Ich bin der Erste, der sich in dieser Cardscene verlauft. Ich verstehe nicht, wo ich da jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Das wär's schon. Ich komm ja von da, hab ich gedacht. Ich komm doch aus der Tür. Jetzt geh ich wieder zurück. Der ist der andere. Okay, wir sind anscheinend hart beschuldet. Das Buch war ziemlich gut. Aber... Jetzt bin ich da woanders. Ich hab gedacht, das ist die Tür, von der ich komm. Das Spiel ist verwirrend. So, mit allem Interagten, damit die Story weitergeht. Buch, bam. Da ist noch Brief, bam. Da ist noch nicht so. Noen hat sich immer in sie. Es war nicht so. Es war nicht so. Es war nicht so. Series. Please like and subscribe. Warum bist du so auf einmal Amerikaner? Das war ja mehr so... ...britisch, retarded Brit. Das ist retarded Brit? Okay, sorry. Würde ich schon sagen. Wow, subscribe. Ola, das erinnert mich an GeesefWord, da kannst du auch in den Cutscenes eben nur extrem langsam gehen. Das hat mich immer so getriggert damals. Ja, das ist für einen dramatic Effekt. Bei GeesefWord hat er sich immer so die zwei Finger ans Earpiece gehalten. Markus! Die Locusts, da und da und so weiter. Oh, das spielen wir geil. Das war schon geil. Das waren halt noch Zeiten, wo wir das gespielt haben. GeesefWord 3. Oh ja, das ist echt so lange. Das waren halt noch die legendären Zeiten damals. Kids nowadays will never understand. Nein, Coop. Bitscreen. Auf andere Spieler warten. Dori, 80%. Der ist bei dem Hospital-Better. Ich bin schneller fertig als du. Speedrun. Alle Spieler müssen in der Geschichte zu diesem Punkt gelangen, um fortzufahren. Alle Spieler. Ja. Auch du. Unsere Frau hat dann schon Lungenkrebs. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Ich habe mit dir geredet. Ich habe es ein bisschen verfolgt. Die ist irgendwie hart verschuldet und der Tod sucht im Dschungel nach einer Medizin. Ich habe gedacht, er sucht nach diesen Eingeborenen im Dschungel. Ehrlich gesagt bin ich auch gerade verwirrt. Ja. 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 Also ich muss sie hier tapsen. Dori, 80%. Ich finds geil, ich war halt scheinbar gerade komplett zoned out und habe einfach nur irgendwas gedrückt, was zum Intech gegangen ist und war instant durch. Dori schert sich irgendwie gar nicht in dem Spiel. Aber er hat es nicht checked. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Also dass er da sagt, das eh noch einmal. Ach so. Was I writing a book to be a get sick? Is this why we're here? W-was? Could I have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me and all I want is for you to be safe. Whatever it is Mia, please tell me. Please Jake, just keep going. If you can't make it neither, let's just not bring this up again until you're safe, okay? Mhm. I don't understand any of it. But I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Okay. Let's get it. Thanks to the Ayahuasca, there are some memories. Okay. Ehm. Wurde Mia krank? Was ihr deswegen hier? Wurde Mia nichts gesagt. Ich brauche Antwort. Ja, spannend! Cool story, bro! So. Jetzt dürfen wir... Ah, das macht Sinn. Das wir jetzt den verbrannten Teil damit... ...erkunden müssen. Ist ganz vorbei ist es noch nicht. Aber ich würde sagen, das machen wir nächstes mal. Willst du jetzt schon aufhören? Ja, ich muss schlafen, ich muss morgen um 7 raus. Oh, mal wieder. Mal wieder. Ja, ich habe jetzt da gespeichert. Ich kann mir da nochmal hinlegen, ich weiß nicht ob das gescheit ist. Also du hast schon gespeichert, die brauchen nicht mehr gespeichern, gell? Ja, gespeichert habe ich ja. Das Geile ist, Ayahuaschka hat mich komplett geresettet mit allen Stats. Du hast die Parasiten und das meinst du jetzt oder wie? Volles Leben und alles. Ja stimmt, ich habe auch volles Leben gehabt gerade. Ayahuaschka heilt alle Wunden. Beste Droge, Jui. Aber was glaubst du denn, wie lang ist die Story noch? Boah, ich glaube, dass wir jetzt 3 Viertel haben. Echt? 3 Viertel schon? Ja. Naja, wenn du auf die Map schaust. Ich schau mal auf die Map. Dann siehst du, unten rechts ist halt dieser verbrannte Teil, der nicht da ist, gell? Mhm. Ja, und das erkunden wir jetzt noch praktisch. Also das ist sozusagen das letzte Gebiet, wo es so schnell ist. Ja, ja. Voll, und da müssen wir jetzt halt auch hin. Boah. Und dann wird das irgendwie, jetzt gibt es halt irgendeine krasse Revelation am Ende. Ja. 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 Ich glaub nicht. Du glaub's nicht. Ja. 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 oder 3 Viertel schon ja nicht sogar mehr, keine Ahnung könnte sein, dass wir jetzt sogar schon fast durchsehen ja, könnte auch sein ja jetzt ist der letzte Part halt am Rechner fix fix und wir haben voll viele Mechanics noch nicht gehabt zum Beispiel wir haben noch gar keinen einzigen Samen angebaut was gibt es denn noch Eisen haben wir nie benutzt Eisen? ja, man kann ja Eisen also es gibt ja Iron Ore ja, echt das Eisen abbauen und was macht man eigentlich mit dem Obsidian? das habe ich nämlich auch gefunden damit kannst du dir so eine Obsidian Axt machen ist besser ok aber das ist nur für Werkzeug und so wahrscheinlich oder? ok, ok na gut das ist das ist das ist